So, Sabine, du warst 2012 das erste Mal bei mir und hast eine Hypnosesitzung gemacht, damit du abnimmst. Wie war das für dich? Wie war das für mich? Ich habe ab dem Zeitpunkt eine Entspannung gehabt. Ich habe kein Janker mehr gehabt. Ich habe bis jetzt 42 Kilo abgenommen. Mein Problem war ja, dass ich kein Sättigungsgefühl mehr hatte, dass ich Schokolade wie Brot gegessen habe und das wollte ich nicht mehr, aber das hatte ich nicht mehr. Nach der Sitzung hatte ich ein entspanntes Anlaschen vorbeigehen, muss ich sagen. Ich konnte irgendwo sitzen, selbst zum Kaffee und es hat mich nicht mehr gestört. Ich konnte auch nie aufhören, zum Beispiel wenn ich eine Schokolade im Shop hatte. Ich konnte dreimal vorbeigehen, das vierte Mal nicht. Das stört mich nicht mehr. Es war wie weg. Ja, ganz die Kopfsache, muss ich sagen. Es war wie eine große Last abgenommen. Schön. Wie viel hast du abgenommen bisher und wie hast du dich beim Abnehmen gefühlt? Gut, ich habe 42 Kilo abgenommen. Ich habe mich sehr gut gefühlt. In der ersten Zeit habe ich mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Da habe ich mich jeden Tag bewogen. Und wo mein Mann nachher sagte, jetzt reicht es aber, dann habe ich es einmal in die Woche. Da habe ich mich jedes Mal, ja, ich habe mich damals unglücklich gefühlt. Aber ich habe mich besser gefühlt. Schon alleine das Einkaufen, mit meiner Tochter shoppen gehen. Damals musste ich das nehmen, was ich, wenn ich was gefunden habe, musste ich es nehmen. Jetzt kann ich auswählen. Das hatte ich damals nicht. Und das ist einfach schön. Prima. Dankeschön. Vielen Dank. Sabine, du hast vorhin erzählt, du hast ein Jahr lang gebraucht, um mich anzurufen und den Termin zu machen. Woran lag das? Angst. Man macht sich ja immer Gedanken, Gott, was macht die mit einem? Was geschieht? Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden und einfach machen. Gar nicht so viel überlegen. Ich habe mir nachher den Termin gemacht und habe gedacht, du überlegst gar nicht, du fährst hin, dir passiert schon nichts. Und das ist wirklich so. Dankeschön.